Und wir sehen einfach hier 625 Verkäufe, fast 5000 Euro Umsatz, also wirklich ein sehr profitables Buch und das wirklich mit einer Low-Content-Nische, also man hat nicht viel Aufwand. Ihr werdet nicht im späteren Verlauf sehen, wie man so ein Buch erstellt und das ist wirklich kein Hexenberg. Ich lade jede Woche zwei bis drei neue Videos zum Thema Amazon KDP hoch, also wenn du kein neues Video verpassen willst, dann klick im besten Fall jetzt auf Abonnieren. Vielen Dank! Heute wieder alles zum Thema Amazon KDP. Für alle, die nicht wissen, was ist eigentlich Amazon KDP genau? Es geht darum, dass wir hier ein fertiges Buch, eine fertige PDF-Datei erstellen, diese bei Amazon KDP hochladen, dann wird das Buch auf Amazon gelistet, wie diese Bücher, die wir hier sehen und jeder kann das Buch kaufen. Wir müssen dabei keine Bücher irgendwie einpacken und verschicken. Amazon druckt die, wenn die bestellt werden, versendet die und wir müssen wirklich nichts weiter tun, als einmal die PDF-Datei hochzuladen und jeder kann eben das Buch dann auf Amazon kaufen. Und heute will ich eben mal wieder eine neue Nische vorstellen, eine Low-Content-Nische, nämlich Gartenmalbücher. Gartenmalbücher, wir sehen hier verschiedene Beispiele, wie sowas aussehen kann. Es geht dabei einfach nur darum, dass wir hier so ein farbiges Buchcover haben. Im Inhalt selber haben wir dann Zeichnungen von verschiedenen Gärten, die man eben dann ausmalen kann und die sind halt oft dafür da, dass man eben so sich entspannen kann. Also die Malbücher haben als Zielgruppe tatsächlich erwachsene Leute und nicht primär junge Leute oder Kinder. Ja und da wollen wir uns einfach mal dieses Buch hier genauer anschauen. Wir sehen hier schon das Buchcover, sieht an sich ganz gut aus. Wir haben hier auch die Rückseite, wo nochmal so eingeblendet wird, welche verschiedenen Bilder man da in dem Buch ausmalen kann. Und jetzt können wir hier von Helium 10 mal das Tool verwenden und das nennt sich X-Ray-Tool und dort kann ich jetzt einfach mal auf den ersten Blick das Buch analysieren, nämlich wie viele Verkäufe macht es im Monat, wie viel Umsatz macht es im Monat. Und wir sehen einfach hier 625 Verkäufe, fast 5000 Euro Umsatz. Also wirklich ein sehr profitables Buch und das wirklich mit einer Low-Content-Nische. Also man hat nicht viel Aufwand. Ihr werdet nicht im späteren Verlauf sehen, wie man so ein Buch erstellt und das ist wirklich kein Hexenwerk. Wir können mal hier uns hier die Grafik anschauen. Das wäre die Verkaufsgrafik von den Bestellungen. Tendenz eher sinkend, aber wir können uns mal hier die ganze, also komplett die Grafik anschauen von Beginn an. Da sehen wir, wie sich die Verkäufe hier aufgebaut haben. Jetzt hier im April diesen Jahres haben wir so einen Hochpunkt gehabt, aber wir schauen uns mal hier ein Jahr an. Und ja, das wäre einfach wichtig für uns, dass wir das eine Jahr anschauen, weil wir wollen natürlich vermeiden, dass das Buch eine Saisonalität hat. Aber wir haben ja hier gesehen, im April verkauft es sich gut, jetzt im Juni immer noch. Somit haben wir wirklich keine krasse Saisonalität. Ja, wenn ihr auch die Daten hier alle sehen wollt, oder auch hier oben die Einblendung mit den Verkaufszahlen, mit dem Umsatz, dann braucht ihr natürlich Helium 10 dafür. Ihr könnt dafür einfach mal auf den Link in der Videobeschreibung klicken. Und wenn ihr dann Helium 10 abonniert, einfach den Code GELTAKADEMIE10 anwenden. Da bekommt ihr 10% Rabatt jeden Monat. Also es lohnt sich. Ja, jetzt würden wir mal hier das Thema behandeln, wie erstellen wir jetzt so ein Malbuch. Vor zwei Jahren wäre es so gewesen, wir würden einen Grafiker beauftragen, den wir dann für so ein Bild hier 200 Euro zahlen. Das erst designt. Dann machen wir es zum Beispiel mit 10 Bilder, wären 2000 Euro. Also ihr seht schon, sowas war mal sehr kostenintensiv. In den Zeiten von KI ist das Thema erledigt. Also zugunsten von uns. Wir brauchen dafür jetzt einfach mal hier die 4-Version oder die 4-O-Version von GPT. Weil mit diesen können wir eben Bilder erstellen. Mit der 3.5er-Version geht es noch nicht. Da braucht ihr allerdings ein Abo dafür. Das ist kostenpflichtig. Kostet so rund 19 Euro im Monat. Also es ist nicht krass teuer. Kann man auf jeden Fall investieren. Und was wir hier machen können, wäre hier so Inhalte erstellen. Und das ist wirklich nur hier ein Satz erstellt. Hier ein Inhalt, was man ausmalen kann für ein Gartenmalbuch. Er erstellt das. Ich kann es hier runterladen. Auf dem Button hier oder rechtsdick kopieren. Und so würde ich jetzt einfach hier 50 Dateien erstellen. Dafür brauchen wir vielleicht eine halbe Stunde. Also wirklich nicht lang. Und diese Dateien würden wir dann alle herunterladen oder kopieren. Und fügen sie dann wieder hier bei Canva ein. Da seht ihr, ich habe das schon gemacht. Einfach rechtsklick. Als Hintergrund eingefügt. Jetzt würde ich nochmal eine Seite einfügen. Könnte die nächste Grafik hinzufügen. Das Ganze dann hier rechts oben herunterladen. Als PDF-Datei. Und dann hätten wir schon den Inhalt von dem Buch fertig. Ja, was wir jetzt noch brauchen? Wir haben einen Buchcover. Da könnten wir zum einen mal hier auf Fiverr gehen und jemanden beauftragen, der für uns so einen Buchcover macht. Da zahlen wir in der Regel für ein okayes Buchcover so 20 bis 30 Euro. Allerdings wenn wir schon ein professionelles Buchcover haben wollen, wir hier zum Beispiel schon bis zu 130 Euro. Aber diesen Punkt lassen wir aus, weil wir nehmen dafür wieder ChatGPT. Aber nicht nur irgendeinen Chat. Sondern wir nehmen hier den Bookcover Illustrator. Wenn wir die Plusversion haben, können wir nämlich einzelne GBTs erkunden, weil jeder kann selber einen eigenen Chat bauen und den dann veröffentlichen. Zu dem Chat habe ich auch einen Link in der Videobeschreibung gepackt. Da könnt ihr selber das mal ausprobieren. Und der ist einfach nur dafür gedacht, dass wir Buchcover erstellen können mit diesem. Weil wenn ich jetzt in einem normalen Chat ein Buchcover erstellen lassen wollen würde, dann wäre es oft so, dass er nicht versteht, dass ich jetzt hier zum Beispiel ein 6x9 Format brauche und keine Ränder haben will. Also beziehungsweise, dass man das Buch jetzt nicht von der Seite sieht mit dem Buchcover, sondern ich werde die Draufsicht haben mit der hohen Auflösung. Und das macht eben der Chat hier perfekt. Und ihr seht, ich habe wirklich nicht viel gemacht. Den Prompt hier eingegeben, 6x9 Format. Es soll ein Garten zu sehen sein, ein Haus zu sehen sein. Ist es ein bisschen grafisch, deswegen könnt ihr auch sagen, hey, mach es so, dass es mehr gemalt aussieht. Zum Beispiel so. Und das können wir dann direkt für uns verwenden, für unser Buchcover. Ja, im letzten Schritt würden wir jetzt eben das Buch hochladen. Zum einen mal die PDF-Datei, zum anderen mal das Buchcover. Das wären wirklich die zwei einzigen Dinge, die wir brauchen für die Buchveröffentlichung. Natürlich hier noch einen Account erstellen bei Amazon KDP, also Kindle Direct Publishing. Und wenn ich jetzt hier sage, ich bin im Bücherregal und will ein neues Buch erstellen, dann komme ich hier auf diese Ansicht. Was wollen wir erstellen? Ein Taschenbuch, weil dort die Gewinnmarge einfach höher wäre als bei der gewonnenen Ausgabe. Da klicken wir es mal drauf. Und jetzt seht ihr schon, ich muss hier die Taschenbuchdetails ausfüllen. Das ist eben der Buchtitel, Autorenname, den Beschreibungstext. Dann hier können wir drei Kategorien auswählen, in denen unser Buch platziert werden soll. Hier sieben verschiedene Keywordter. Die finden wir wiederum heraus mit Helium 10. Da habe ich auch schon andere Videos darüber gemacht, wie man eben auf solche Keywordter kommt oder auch wie man auf so Nischen kommt. Könnt ihr auch mal durch meine Videos durchscrollen. Ich habe da knapp 300 Videos über das Thema Amazon KDP gemacht. Da wird auf jeden Fall was Brauchbares dabei sein. Ja, ich müsste jetzt alles ausfüllen, dass ich hier weiter könnte. Wir hatten noch zwei Schritte vor uns. Der nächste Schritt wäre der Taschenbuchinhalt. Das wäre ganz einfach. Das Buchcover, der Inhalt von dem Buch, also die PDF-Datei, würden wir dort hochladen, kurz noch prüfen, ob das alles so passt. Und im letzten Schritt entscheiden wir dann, in welchen Ländern wir das Buch verkaufen wollen, zu welchem Preis. Da wird auch automatisch direkt ausgerechnet, was es die Marge wäre pro Buchverkauf. Die liegt in der Regel irgendwo zwischen 4 bis 7 Euro pro Verkauf. Also, es lohnt sich wirklich für euch. Ja, wenn ihr auch Interesse habt, mit Amazon KDP durchzustarten, dann könnt ihr gerne mal mich kontaktieren. Also, ihr seht hier, ich bin Bauingenieur. Ich habe vor zwei Jahren während meinem Studium damit angefangen und habe im Prinzip damit mein Studium finanziert. Ihr könnt mir einfach mal gerne schreiben. Entweder klickt ihr hier auf den Button, da kommt ihr zu Instagram oder schickt mir eine E-Mail. Und dann können wir auch gerne mal ein kostenfreies Erstgespräch ausmachen. Das geht dann so circa 30 Minuten. Und da erkläre ich euch auch mal, okay, wie funktioniert Amazon KDP? KDP grundsätzlich. Und wie könnt ihr auch so ein Coaching aussehen, damit ihr eben auch solche Einnahmen ziehen könnt wie ich, wo wir halt echt schon über 200 Euro liegen an einem Tag. Und das ist nicht der Umsatz. Das wäre schon die Gewinnmarge. Also 36 Bestellungen. Davon hätten wir dann irgendwie im Schnitt 5 Euro pro Buch gemacht. Und ja, in dem Erstgespräch erkläre ich dann, okay, welche Coaching-Modelle gibt es. Also ich habe verschiedene Coaching-Modelle und natürlich auch, wie viel das kostet. Also melde euch einfach bei mir. Ja, wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt, gerade zum Thema Amazon KDP, dann lasst gerne ein Abo da. Würde mich echt extrem freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in einem neuen Video. Ciao.